Bei diesem Video soll es um das Thema Home-Events und Opportunity-Calls gehen. Das sind jetzt vielleicht noch ein paar Fachbegriffe für dich, aber deswegen erkläre ich das ganz kurz. Ein Home-Event ist einfach ein Wohnzimmer-Event, sage ich einfach mal. Das heißt, du kannst einfach ein paar Leute zu dir nach Hause einladen und dort entweder das Ganze selber präsentieren oder lädst jemanden ein, der das Ganze dort dann präsentiert. Das heißt, du sprichst die Einladung aus, die Einladung hast du in einem anderen Video erfahren, wie lädst du Leute ein und du lädst sie dann einfach zu dir nach Hause ein. Das heißt, du legst einen Termin fest, wann dieses Event halt stattfindet und lädst dann, keine Ahnung, 5, 10, 15 oder auch nur 3 oder je nachdem, wie viele Leute du halt einlädst, legst du dir eine Anzahl fest und dann legst du einen Termin fest, wann du diese Leute zu dir einlädst und dort wird das die ganze Opportunity, die Iron Mastery Academy, wie halt alles funktioniert, von A bis Z erklärt mit einer PowerPoint-Präsentation. Und genau so kannst du halt Leuten das Ganze einfach näher bringen. Genau das Gleiche ist ein Opportunity Call, wie ein Home-Event, das Ganze einfach nur über Zoom. Das heißt, dort musst du das auch nicht selber machen, sondern es gibt einfach Leute, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, die das vielleicht schon ein bisschen besser präsentieren können. Dort gibt es eigentlich täglich Opportunity Calls, wo du Leute, die Interesse zeigen oder wo du sagst, die möchte ich gerne das Ganze mal zeigen, die möchte ich gerne auf diese Opportunity einladen. Schickst du einfach den Link des Zoom Calls, schickst du einfach zur passenden Uhrzeit dann raus, wann dieser Zoom Call einfach auch immer ist. Diesen Link schickst du raus und die Leute können sich das Ganze dann anschauen. Danach machst du dann im besten Fall einen Follower, danach kommt das Closing und dann der Start. Das ist einfach ein Opportunity Call, einfach ein Event, wo das Ganze vorgestellt wird oder Home-Event, genau das Gleiche, nur halt zu Hause.